Boing! Und hallo! Gubi Daiko-Song, hallo! Kawabanga Oh Riki, du kannst dein Intro machen für die Wrestling-Woche, ich bin jetzt grad da Oh ja? Rikis Wrestling-Woche Und Mei! Das bin ich! Das ist so cool, ich find das so geil, ne? Wie derzeitiges Spiel beenden Ach Riki! Es tut mir leid, es tut mir leid! Was war das für ein Achtbar, da überhaupt hinzukommen? Oh Gott! Ich haust dir dieses Spiel! Aufnahme beenden, das lassen wir nicht drin Das war eins Chubi Daiko-Song Boing! Alter! Hallöchen Leute! Riki, bitte! Es ist aber auch dumm, dass man Neid auswählen muss, um das Spiel zu starten Es ist wirklich dumm, okay Du hast dich jetzt verbunden und so Willst du dich lieber beenden? Was soll das denn? Ich bin Donkey Kong übrigens Äh... Alles klar? Ja, alles klar Das ist ja die schwerste Prüfung für Riki, das Menü einzustellen Kein Lernplatz für... Ja, boah... Was ist das denn? Was ist das denn? Hast du was so mitten drin? Hast du alles Lotz voll? Ja, ich hab... Es gibt's Schlauze Ja, es gibt's... Ich hab so wieder das Lotz voll Ihr nehmt mal schreit vor irgendeiner, sonst ob du ihn denn davon weiterspielst! Ja, weiß ich nicht, vielleicht spielt ihr da weiter! Ich will Rosalina, ich will Rosalina, ich will Rosalina Okay, teil Ach, super! Da ist noch ein laufendes Trinkspiel offen Das muss jetzt mal weitergeschrieben werden Oh ja! Wir haben ja auch letztens einmal Trinkspiele gemacht mit dem alten Mario Party Weil wir waren zu neunt Ich würde mich jetzt einfach nehmen die Torte, oder? Ja, geil! Sprich, was gegen Torte? Bei irgendjemandem? Nee, das passt schon Mir ist es so egal Hatte jemand Diabetes? Wie viele Runden? 30er! Ich auch, Mensch! 13, was? Nein, nein, nein! 10 oder 15? 15! 20! Ich hätte jetzt 20 gesagt, das dauert eine Stunde scheinbar Nee, das dauert eine Stunde, das dauert viel länger! 15 dauert ein bisschen so eine Stunde, äh... Wir haben immer für eine Stunde Part 15 Runden gemacht Ja! Immerhin ungefähr 15 ist immer... Hohen Sterne, Minispiele regeln wollt ihr aus Ja, von mir aus... Also ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht, wenn wir die Minispiele regeln Ja, wir machen mal ans, damit die alle nicht dumm sind Alle an! Alle an! Ich weiß, ich habe wenigstens Spielzeit, aber... Naja... Ja, dann weiß man, wie man das irgendwie steuern kann, so Und, äh... Letztens haben wir Mario Party gespielt, da haben wir... Kannst aber nur mit dem alten Teil machen Da haben wir einfach dann... Quasi vier schwere CPUs gemacht Und haben dann auf die jeweiligen Charaktere gewettet Halt, quasi Und dann, wenn du verloren hast, musst du halt ein Trinken Wie lange... Wie lange habt ihr dann gebraucht, bis sie einmal trinken können? Eine Stunde? Wieso? Nein, nein, es war ja so... Also bei jedem Minispiele dann, oder was? Nein, wenn dein Charakter eine Eins oder eine Zehn würfelt, musst du einen trinken Wenn du auf ein rotes Fell kommst, musst du einen trinken Wenn jemand anders einen Stern kriegt, musst du einen trinken Wenn du Minispiele verlierst, musst du einen trinken Ich dachte, die du hast ja nur CPUs spielen lassen Ja, ja, aber wenn dein Charakter ja verloren, dann musst du ja trotzdem einen trinken Wenn dein Charakter, auf den du wettest, du fängst dann am Anfang an, sagst, ich werde jetzt auf Donkey Kong Das ist mein Charakter Und wenn dieser Charakter diese Sachen macht, dann musst du eintrinken Wäre es nicht lustig, wenn man einfach gleich selber spielt? Ja, wir waren aber zu neunt Oh Dann ging das nicht Stark Stark, wieder mal letzter Ich bin immer letzter Das gibt's nicht Oder wie Johnny sagen würde, um die letzter zu sein, das hat auch taktische Vorteile Hat's gar nicht Ich würde sagen, das hat's nicht Hat's nicht Hat's überhaupt nicht Ich verliere immer Obwohl hier ist es, glaube ich, egal, weil der Stern sich ja nicht bewegt Oh, ich liebe so Bretter, wo sich der Stern nicht bewegt, ne Und einfach schön so im Kreis laufen kann Oh, ehrlich Das ist so schön Ich muss nicht denken, ich kann ja einfach spielen Das mag ja wohl nicht Das mag ich Das mag ich Oh, weh Oh, wir gehen noch mal den Dinger nach Rechts Äh, er Wenn man den Schultertaske irgendwie noch schneller machen Ja Jetzt erst mal aufs Spielbrett schauen, bevor man losgeht Man muss genau wissen, womit das zu tun hat Oh, Glück gehabt Alter Direkt Direkt reiner Direkt reiner Wie steht ihr zu diesen weißen Perlen hier? Ja, also ich habe das Gefühl, wenn die auf dem Kuchen sind, gefällt mir nicht Kein Genuss Oh, ich finde das eigentlich voll geil, aber ich hätte Angst, dass die mir einen Zahn zerbrechen Ja, genau, 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 genau Die zieht ja die Plombe raus Die sehen nicht schön aus Eigentlich geil Die schmecken doch auch gar nicht so geil Ist so ne Zucker, oder? Ja Ja Man mag so Zucker nicht mehr, ey Wieso Ja, aber nicht so komprimiert auf so Boah, weiß ich nicht Also Ja, du sollst doch nicht die ganze Packung da wie Gummibärchen fressen, sondern Schnell Schnell Drei Perlen Einfach so der Hand mal so den Mund rein Anstatt zu den Backwaren mal zu den Backzutaten auf der Kürbenschau Nee, nee Hey Oh Sie wird weggeschubst Und Alter Ich spiel nie wieder mit Volo, ey Oh, Mann Das war so ein Akt, dass jetzt Und deswegen hast du dich Klar, in der ersten Runde schon versaut wieder Ah, nein, der Moki kriegt auch einen Ach, komm Wir werden schon angeschubbt jetzt Ja, wir können aufhören, ich hab gewonnen Oh, eins gegen drei, stark Oh, 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 oh Oh, komm Komm schon, Regensitenraten Oh, oh Lampenfieber Keine Ahnung, ne Ich weiß es nicht Ich glaub, das ist das Wasser Ah Oh, nee Weiß jeder? Weiß jeder, ne Steht da ja auch Ach, komm Ach, komm Ich kann nicht für alle starten Wie scheiße ist das denn? Oh, jetzt bin ich Ach, als ob ich Ach, komm 30 Sekunden Das ist ein Okay Acht bitte drauf, welches eure Farbe ist Ne Was druckelt denn schon? Ja, ich wollte gerade sagen, es druckelt ein bisschen Wie lange kannst du unter Wasser bleiben, bitteschön? Ich hab keine Ahnung Hä, ihr könnt schon wieder runter? Sag mal, Ricky, du bist Mario, oder? Klar, der hat eine Affenlunge Du bist immer ein bisschen sehr weit entfernt von einem Farben Wie ist das? Ich versuch eigentlich immer dran Ich versuch ihn einfach runter Wasser Ich versuch ihn einzukreisen Wir müssen ihn aber alle drei gleichzeitig Oh, haben wir ihn? Haben wir ihn? Ne Ich hab versucht ihn einzukreisen Ich hab das Gefühl, ihr hattet auch nicht viel Möglichkeit mich zu bekommen irgendwie Du konntest nicht tauchen und so Ja, das war schon krass Ja, war schon stark von mir Er verdient die erste Platz Man kann ihn ja nicht einkreisen Wir müssen ihn alle drei gleichzeitig Ja, aber ihr kommt ja auf mich zu Wenn ich gleich kommt von der einen Seite treffen wir uns in der Mitte Weißt du, ich wollte ein bisschen intelligent sein Und hat's geklappt? Ich glaub das nicht Echt? Oh, das ist ja nice 1,5 eingezahlt, 19 bekommen schon So Ja, deine 10 Oh Oh, der Affenarsch Ist schon sexy Naja Ist schon Ich find's auch voll, dass sie immer nicht Ich fand's auch schade immer Dass sie denn so in 4 Oh, ne Oh, ne Ich glaub in 5 haben sie angefangen damit oder so Ich kann sie kaufen Ach du kannst sie nicht erst kennen müssen Kann ich nicht Äh, dass sie angefangen haben in 5 oder so Ihnen halt nur noch als Special Character zu machen Das war jetzt voll dumm Der Donkey Kong, der gehört dazu Ja Oh stark Vielleicht kriegen wir noch was schönes für Maeve raus Ich hab bisher kein eigenes Feld ausgelassen Beziehungsweise keine Piranha-Pflanze Das stimmt Das muss doch noch ein paar Münzen verdienen Glaub ich nicht Du bist nette Affe, ne Verrückt Oh, nein Nochmal Lampenfieber Ja Oh, nicht flitze Oh, Flitzbogen ist so ne Scheiß Zum Glück haben das nicht Das stimmt Ah, okay Oh, das hasse ich Ach, nee Das ist super Aber Leute, Leute Ich hab Ihr erinnert euch vielleicht noch An die von euch Oh, nee An den Spaß Dass Wollo öfter mal ne Pause braucht Oder flette muss Ich wünschte, der Ricky wäre gar nicht da Wieso das denn? Wieso? Weil Ricky am Drücker ist Echt, Mann, Ricky Echt, Mann, Ricky Was soll das denn? Wie ist das denn passiert? Woll hab ich einfach zur Seite geschoben Ja, genau so Das macht er ständig Ach, Gott Ich bin ja nicht Ja, das stimmt schon Woll und ich auf ein Denkt er, wenn du gewinnst Dann kriegen wir, äh Kriegen wir alle Geld Ach, Mann Ja, ihr habt's geregelt Kein Problem Ich hoffe, das stimmt Maeve ledig Ich weiß es nicht Ich hab auf wie viel jetzt genug Münzen, um Muggys zu bezahlen gleich Oh, sehr gut Wichtig für mich Platz 2 Kostet 10, ne? Da hab ich genau wo eingesammelt ist Ach, Mann, ist ein Zeisspiel Ja, ist halt Mario Party Ist immer ein bisschen Ja Ich weiß nicht Früher als Kind Ich war ja auch immer oft einsam und so Ich hab auch mal gerne alleine Mario Partys gefeiert Oh, stimmt Ich hab sogar immer Ich war so ein richtiges Arsch Und ich hab immer, wenn die CPUs einen Stern hätte kaufen sollen Gewechselt schnell auf den CPU auf den Nein gedrückt Und hab dann weitergemacht Ach, nur 5, ja? Scheinbar ist das Es geht wahrscheinlich von 5 bis 10, wer weiß Ich hab ja früher Meine ersten Mario Partys waren ja tatsächlich mit Freunden Im Alter Der war ja schon über 20 Als ich damit angefangen habe Und ich war dann so süchtig nach Mario Party Dass ich Mario Party 8 in Story Modus alleine durchgespielt habe Privat nach der Arbeit und so Krass Oha Ich fand's so geil, Digga Das war wirklich Boah, das ist geil Ich hab mal einen Story Modus durchgespielt Im Harden Da hattest du gegen drei Mini Bowsers gekämpft Ich weiß nicht, in welchen das war Im Story Modus Ein Blau und ein Rot und ein Grün Oh, der Ereignis Block Oh mein Gott Versteckter Block Münzen Fuck Oh shit Alter, der Maeve Ja, Leute Das Blatt hat sich gewendet Ja, das Blatt hat sich gewendet Wow Kann man die hier auf der Map klauen überhaupt? Nee Nicht? Nee Ich glaub doch Ich glaub doch Vielleicht wenn du den Bowser-Samen richtig erwischt hast oder so Ja, ja, das kann auch sein Komm, gib mir gerade den Stern Hier sind safe die Möglichkeit Nein, nehm ich auch Ich will übrigens direkt sagen Wenn wir am Ende dann auf so einem Nicht Chance haben, sondern so eine Was ist das? Herausforderung Minispiel, wo man Wobei die dann Münzen setzt Wenn wir da drauf kommen Ich geh all in Alter, ja, ich auch Ich geh immer all in Muss man ja auch A und B Uh, A und B Okay Okay Da ist immer die Frage Gleichzeitig oder Gleichzeitig Ja, ja, gleichzeitig Ich glaub gleichzeitig, ne Muss oft gleichzeitig Das kann ich nicht Ich geh ich hier bin da meistens Entweder Johnny oder ich Einer von uns zwei Ja, oder gleichzeitig Also gleich Ja, wir haben auch super auf der Gleichzeit gehabt, komm Der neue Rekord ist drin Schon Ich krieg Kram, ich krieg Kram Oh Gott Ich glaub ich kann Ich weiß nicht wie man zwei Ich hab ein gutes Gefühl, Freunde Ich hab ein gutes Gefühl Komm schon Ich hab immer ein gutes Gefühl Und fall dann halt direkt als erster runter Ja, ich auch immer Eigentlich Och ne du Komm 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 schon mehr als die 52 Ja, immer, immer Komm schon Ja Komm schon Blauer Ja Ach komm schon Komm 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 Nee, ich steck dich doch locker in die Tasche Oh nein Oh nee Nein, kein Rekord Oh was Oh Ach komm schon Schade Also irgendwas mach ich dann auch komplett falsch Hier können wir das auch gar nicht sagen Ja, irgendwie war verdächtig schlecht Du nimmst einfach einen Daumen und machst auf zwei Knöpfe Nee, ich mach Zeigefinger und Mittelfinger Zwei Ach du bloß zwei, ich mach das mit einem Finger Zwei Knöpfe, zwei Finger Mit zwei Fingern Ja, hab ich auch zwei genommen Hm, ich hab das mit einem Daumen gemacht Ich hab ja auch einfach riesige Hände, kann ja auch sein Ich hab Angst, dass mein Daumen vielleicht nicht fett genug dafür ist Aber da hab ich keine Sorgen Richtig auch nicht Ich hab sehr klobige Hände Ich hab wunderschöne Hände Ich hab wunderschöne Hände Die sind filigran Das ist nicht Nee, 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 nee Also ich sag's mal so, bei mir, was man Videos zuerst gesehen hat, waren meine Hände Dann als man mich so gesehen hat, meint Leute, oh, ist ja gar nicht so fett Ich wollt grad fragen, wie haben die denn auf deine Finger reagiert? Ja, die Finger sind schon sehr, sehr äh Ich hab auch sehr kurze Finger Ja Ja, hätte ich auch Die gute Burger Hand Die gute Burger Hand Ja Der Xbox Controller, der geht nicht in die Hand zu nehmen Das geht halt einfach nicht Nee Der Große Nee Wieder auch nicht Ich hab schon mehr, ich hab zugeguckt Und was hat nicht von Mario? Marek hat gescheit, bis ich dazu gejoin Ich hab nur getestet, ob meine Köpfe grad noch geht Achso Ob die noch geht Ja, noch die U3 Ich benutze die noch Ich weiß Also ich bin ja für die interne, ey, bei Media Tatsächlich ich auch, ich hab die Duo Ja, wie gut läuft die denn, Mogi? Also meine läuft wahnsinnig gut Das ist jetzt ne unfaire Frage, okay Eventuell schafft meine 4K nicht zu capturen, aus irgendwelchen Gründen Irgendwie bekommt sie nicht genug Leistung, ich versteh nicht warum Ich hab auch keine Ahnung Hast du mal keine Ahnung rausgesteckt Tatsächlich hab ich den PC vorgestern aufgeschraubt Ich hab's kurz rausgemacht, wieder reingemacht Das hat nichts geändert Ja, mein PC läuft jetzt seit 22 Tagen durch Die müssen ich mal wieder aufmachen vielleicht danach Was wir's machen, wenn du aufmachst Ich nicht sauber machen oder so Ist das die PC, ne? Der von mir früher, der Ja, den du zusammengebaut hast Das ist das, der sweep Nach oben schießt Was bringt nach oben schießen? Ja, du hast den jetzt zusammengestellt hast du Ähm Das ist ja auch schon Wie lange ist das her, Digga? Ja Das ist ja in tausende Jahre Also in meinem Zwingen PC ist drin eine E7 und eine 1070 Aber das reicht ja auch Ja, zum Zwingen reicht es, Digga Achja, ich muss Ich bin eins, der nicht gedrückt hat Entschuldigung Moggi war schon wieder bereit Ich hab schon das Spiel gespielt Das, wer ich bin hier ja gerade, ist ja schön Ich glaub das nicht Nein Du fliegst jetzt so schnell raus Was ist das hier passiert? Habt ihr euch gegenseitig gekillt? Ich wurde nur mal getroffen Ja, ja Alter Der Moggi Weil er geübt hat Weil er nicht auf den Schacken durchstellt Mann, ey Macht sich bemerkbar Krass, 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 krass Ich glaub morgert auch ein paar Stunden in den Story-Modus reingegrandet Ja Das hier wollte er auch ohne Anleitung spielen Ja, er hat richtig geübt Vorher hat gesagt, boah morgert mit Paul und Ricky auf Die wollen bestimmt Mario Party spielen Da knall ich heute mal die ganze Nacht rein Dann hab ich den Clay gemacht Richtig Mario Party geübt Ich hab damals aber von Mario Party 4 Den Singleplayer bisschen gespielt Für zwei, drei Maps Da hat man nämlich so ein Haus Und wenn man mit dem Charakter irgendeine Karte schafft Dann kriegt man einen Gegenstand im Haus Und das war ich Ich dachte mir, oh das ist super cool Das dann voll einzurichten Aber Ne, komm Das hat so lange gedauert Lange hab ich das nicht gemacht Das hat der Overlord damals immer motiviert Dass man da irgendwie dieses Schloss upgraden konnte Wenn man irgendwie gespielt hat Deswegen hab ich immer Ich hab nur Teil 2 gespielt Da gibt es nicht mehr Ja, irgendwie schon Aber es war nicht viel Fokus drauf Du weißt, hauptsächlich konntest du glaub ich Die Dörper, die du erobert hast Man konnte sogar in seine Schatzkammer gehen Und die wurde immer voller Oh Die wird dort gekommen mit den Bananen Oder bei Nino Kuni 2 Ja Ja Ich hab deswegen mal Pokémon Platin gespielt Weil man da mal schön sein Seine Untergrund Base machen konnte Oder Die war nicht so cool Wie die Geheimbasis aus Generation 3 Das war stimmt Ich generell ist Generation 3 Die beste Pokémon Generation Ich denke ich stimme zu Fünf ist denke ich auch sehr stark Aber ja Ja XY war auch sehr stark Ne ist nicht Seitdem habe ich dann nur das Remaster Oder Remastered gespielt Oder Remake Ja das Remake Und da war der Untergrund auch immer Diese Basen von anderen Leuten Das fand ich irgendwie Interessant Ach Aber prinzipiell habe ich das nicht verstanden Mit den Figuren Dein Lieblings Pokémon Ähm Das Männchen oder das Spiel? Das Spiel Rot Ganz einfach kreativ Nicht Generation 2 Ich habe das Gefühl wenn man Generation 1 Man sollte Generation 2 mehr mögen Ich habe Generation 2 auch gespielt Aber da kenne ich gar keine Pokémon mehr So Irgendwie Ich meine Da hat man ja auch die ganze Spielwelt noch raus Teil 1 Ja das war geil Hm Ich habe vor 1 2 Jahren oder so habe ich x mal zum ersten Mal gespielt und ich glaube das ist sogar auch mein Lieblings Teil X und Y ist wirklich stark Find ich Ja das Gefühl da war die Reihe dann ja haben sie noch das gleiche immer gemacht Ne ich muss sagen das war noch so die SS was ich hatte das auch dass ich privat durchgespielt habe das war so hat mir so wie Die andere ist so beruflich durchgespielt Nein das war das letzte Mal was ich würde ich nenn Weil danach so schwarz und weiß hat mir nicht gefallen Ähm auch danach liegt auch so eine Mode und so Ob wir es gründen hat mir nicht gefallen und so Ähm weiß ich nicht Also so das hat mir wirklich wieder Spaß gemacht nach Generation 3 und 4 Aber wie gesagt 3 ist natürlich der beste Teil Also ich persönlich äh Kann ich auf alle verzichten Die Zeit da ist sich an den Spielen interessiert weil er jetzt fühle ich auch hinter mir Ich habe das Gefühl sollte hier mal aufpassen Ich habe nicht mehr aufgepasst am Ende Ich habe keine Ahnung Ich habe bisher noch nichts verpasst Ich auch nicht Glaub ich Was ist äh Wollos Lieblings Pokémon Und Shigi war ja obvious Rigi hat auch alle Ja war gut Meinst du es ging Arbor Ne Reptain glaub ich sogar weil es zu cool ist Hat so ein Stock im Mund im Anime Geil Okay Ja das ist ganz schön cool Früher war das cool Rauran ist ganz cool Ist ein fetter Drache Aber sehr viel stärker als alle anderen Fett aber mächtig Jaaa Sieht auch so unförmig aus tatsächlich weil ich weiß nicht Nee Gefällt mir nicht Die erste Generation ist das einzige richtige Drachen Pokémon Stimmt Mir egal was mit C-Tracking ist Die Scheiße hatte niemand Nee hat natürlich niemand Ich glaub's Dann hat er immer noch mal seinen Starter hochgelevelt auf OP Und dann ist man durch Mhhh Na das habe ich damals als ich das erste Mal gespielt habe gemacht Aber dann habe ich auch nicht mehr Aber ich bin ja nie erwachsen geworden Ja das merke ich Niemand geht zu Bowser heute rüber Ich war noch nicht da Ja das kommt noch Verses Was war das? Jetzt werden Münzen gesetzt Das ist gut für mich Okay Das wollte ich ja nicht drücken Aber das war sehr passend Wir können nicht aussuchen wie viel wir machen Jetzt lege fest wie viel Münzen du setzt Doch ich muss das Ich muss das wo sitzen Achso Achso Ja genau Ach komm Sonst hätte ich natürlich auch jetzt einfach 36 genommen Wäre auch spannender gewesen Na definitiv Der hier ist jetzt niemand Wir können uns alle noch einen Stern kaufen hier nach Ja Ja Oh nö Oh ne Komm Okay Ja Easy Ach ne Kann man nicht runterschrauben Den Zählern Nur hoch Das ist wie mit dem Kalender Achso ich muss starten Die zählen noch nicht nehme ich an Nee Oh Gott Ich glaube ich habe mich schon verzählt Mach ich nicht Oh Gott Oh nein Ich hasse dieses Spiel Hauptsache die geh nicht zurück Darauf komme ich nicht klar Ich glaube jetzt habe ich einen Fehler Das gehört jetzt Okay Ich bin mir unsicher Das Gefühl ich habe doppelt so aufgeklickt Oh Oh Zwei Schätzungen gibt es Oh shit Das war eng Schon Oh nein Oh stark Das war ja glaube ich Nein Wenn ich die gleiche Zahl wie Rickge habe Kann es ja nichts mehr Sag mal War ja gar nicht gut gehen War ja auch nicht Mathe ich war Meckes Ich habe Hunger Warum kriegt ihr jetzt zwei Münzen Ja Dafür das ihr verloren habt Kriegt ihr jetzt auch noch Münzen Was soll denn das Das ist für eine Teilnehmer Urkunde Ich glaube da darf ein Ein da sein Also ein drunter oder drüber sein Ja schon klar Ich bin mir jetzt daran dass wir so ein Kampffspiel hatten Ich bin trotzdem dass ihr nichts verdient habt Ich bin schon das wir auch nicht Ich bin schon das wir auch nicht Ich bin schon das wir auch nicht Das hat er am wenigsten verdient Ach doch das Sternklau können wir hier mitmachen Ja damit glaube ich ein Stern Ah Oh nein Oh nein Stimmt Oh nein Oh das ist eine große Pflanze Ja die beißt euch richtig in den Arsch Und wie lange bleibt die bis zum Schluss oder Bis alle aufsache Bis alle aufsache Fünf Runden nur oder Nee nee die bleibt jetzt Bis dann drauf geht Wenn da drauf geht ist die weg bist du sicher Aber war er nicht ruhig Nee Wolos der Pflanze war noch länger Da hat er zuerst Mephas abgezogen Und dann hast du noch was bekommen Ja Ich glaube die kann Also die kleine Pflanze kann zweimal beißen glaube ich Und die große einmal Au Hä das ergibt Sinn Weil sonst ist der immer unfair Der erste der draufkommt Hat sich für immer Das ist Schwachsinn Nächster Mario Party Ja gut bei 15 Runden hat man die eigentlich auch dann für immer Ja gut stimmt Mal ehrlich sein Lass mich hier direkt mal durchdüsen What the fuck bei mir hat plötzlich der Drucker gestartet Und ich will kein HP Smart starten Die weg Ach Eine schöne 6 Das ist noch der von Weihnachten Das ist Ja der ist tatsächlich Ja der ist Da hat man meine Eltern drüben noch Ich habe ein bisschen was gescannt Aber da wird zuerst was eingescannt Also theoretisch muss man auch fair immer sagen Ich habe den Drucker öfter benutzt Wahrscheinlich als meine PS4 Also von daher gutes Geschenk Mutti damals Nee danke nochmal dafür Oh das Spiel kenne ich nicht Das muss ich machen Du musst du Du musst du Du musst hier in den C laufen Und wir müssen nicht aufhalten so Ah Und du kannst auch mit A noch sprinten Aber dreimal oder ist nicht so unten links Das haben wir noch nie gespielt oder? Ja das kenne ich nicht Siehst du gut Das wird's die Regeln angeguckt haben ne? Ja Ja Ich meine ich werde so oder so verlieren glaube ich Ich weiß nicht ganz wie ich am besten an euch vorbeikommen soll aber Also du kannst dreimal kannst du sprinten Ich weiß Ich hab's auch geübt Ach toll Ja stark Das ist wie im Sportunterricht Wenn ich den Fall mal hab Für mich hat sie das nicht so angefühlt Das ist halt die Wahlkonten der Sieger Videospiele Da haben aber die Leibchen gefehlt Team Leibchen und Team Bund In der Oberschule waren die dann langsam ein bisschen zu eng dann irgendwann Echt? Also das hatte ich Nee Gott sei Dank nicht In der Schule haben wir auch noch alle gut gemacht Die saßen etwas strammer sag ich mal Ey der Schulzeit hatte ich das Glück, dass ich eigentlich Also ich war jetzt nicht dünn ne? So pummel ich vielleicht ein bisschen Aber mehr nicht Muskulös war der Oberschule Neee Oh mein Gott Bin so weit entfernt von muskulösen wie man immer nur sein konnte Mario dann Richtiger Lauch Bei Lauch oder Pummelik Ja ein bisschen Also das war immer mal so Mal so Ich Also Der Quanten Auch immer zwangsweise so auf Diät Gesetzt Da war ich wahrscheinlich wieder ein bisschen dünner Nehme ich an Das war mir zu der Zeit doch auch völlig egal Hm Ich hatte aber den Ricky Ich hatte immer den Ricky gemacht dieses am T-Shirt zu zupfen Ja das habe ich auch mal das mache ich ja jetzt immer noch ganz schlimm Ich mache das Gott sei Dank nicht mehr ich habe das eine Zeit lang auch richtig schlimm gemacht und Ach der ist safe hier Viel Spaß bei Pause 5050 Maeve 5050 Maeve 5050 Maeve Oha Oha Ein Macher Aber jetzt sind wieder 4 Samenländer ne Ich müsste mir die 4 Samenländer Oh wirklich Das ist ja langweilig Also im Originalteil Was habe ich denn noch einer Ich weiß nicht wie es jetzt hier ist Das ist ja langweilig Ja unfair Ich habe mich gesehen dass gestern Portal gespielt Wie fandest du es? Portal 2 Ah war ganz nett War Ah Oh Tausch mehr Plätze jetzt Warte mal Oh Oh Yeah Mobile Pass mal auf Wir machen erst Mitte Und dann mache ich die Ausführung Ne in der Mitte erst am Ende oder? Ne 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 Die Mitte kommt zuerst Damit man direkt weiß was einen erwartet Du könntest alle Sterne tauschen ne Mit Maeve oder so Oh Oh Mach erst Ne Nein Okay Nein Komm Maeve wollte er sich das zuerst machen Bitte 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 Ja Nein Was soll das denn? Ich hoffe wohl du genießt den einen Part mit mir in den nächsten 10 Jahren Ja dann hätte ich das nicht gewollt Auf jeden Fall Portal 2 ganz spaßig Ich habe das Gefühl die Dialoge waren so ein bisschen ungünstig für den Stream aber Ja Ja Es wird dann heute durchspielen oder so Cool Und dann den Korbmodus auch noch mit Maeve oder so? Wir haben den Korbmodus mal streamt tricky und dann wusste du schon alle Lösungen und dann auch Was muss man hier machen? Warum kenne ich das Spiel auch nicht? Maeve was mit den Spielen kennst du das? Das gibt es in Mario Party 3 Das gibt es in Mario Party 3 Ja Du springst und drückst B und musst du quasi wegdrehen und so Du musst du musst du musst du halt im richtigen Moment A drücken und mal höher zu kommen halt Wer ist das nicht? Oh Gott Der Korbmodus Portal 2 muss jetzt nicht sein Ja stimmt Ich habe das mal durchgespielt und habe das auch nochmal gespielt Wir haben das mal gestreamt und wusstest du alle Lösungen und hast dann eigentlich alles so im Alleingang quasi gemacht Das war nicht die beste Korb-Erfahrung Ne das stimmt Was? Wollen wir schon wieder? Und mit Maeve habe ich mal Custom Maps gespielt, das weiß ich auch noch Da kam letztens das eine Fangame raus Komm schon Ach komm als ob du noch da bist Weg mit dir Boah Alter Stimmt für Portal 2 kam so ein Community Deals hier raus oder so ne Ja Was relativ Ja so ist der Enteiler und Dingens ist das irgendwie geworden Was für mich komisches Timing war das Spiel zu streamen weil dann alle dachten sich das gestreamt habe Oh Was gab es bei euch heute mit dem Frühstück? Nichts Ich bin einfach aufgestanden und jetzt bin ich hier Ich habe einen Nudelauflauf gegessen von gestern Ich habe auch noch nichts gegessen aber ich habe noch was im Kühlschrank von gestern Ui Und das sind Nudeln Oh nice Mit so mit bisschen Spinat und der Gorgonzola Soße Alter Das ist doch ganz geil Naja Das heißt wenn wir hiermit fertig sind werde ich mir die in die Mikrowelle packen Geil Und Maeve welche Lieferando Reste finden wir bei dir? Ja Ich bin ich bin raus aus dem Game Du bist clean Willst du mir erzählen Nein clean nicht Nein clean nicht Nur treibt man nicht Aber ich Letztens gab es wieder den Lieferando Jahresrückblick Ja Ja 20 Bestellungen So wenig Also bei dieser Wirtschaftslage als wer da noch den Lieferando Grind lebt also Ne Ja den hat man ja auch nicht gelebt weil man das Kühlschrank gemacht hat einfach Es gab heute Toast zum Frühstück Ui Voll Korn oder das was Ricky mag Da stellt sich natürlich die Frage was versteht Maeve jetzt unter Toast und ich will nicht dass Maeve antworten sondern ich will jetzt erstmal von den anderen hören Was die denken Du meinst mich Was es ist wenn Maeve über Toast redet Reden wir über diese kleinen Scheiben Butter Toast oder reden wir über diese Sandwich Toast Niemand kauft die kleinen Scheiben Ja aber was Dann wiederum pass mal auf Wollo Was wäre ein Toast für dich Pass mal auf ich habe mit Maeve über Sandwich Toaster geredet und er hatte halt immer nur die Billigen in seinem Leben Oh warte ich will das kurz sehen Okay Ah mies ich hasse bloß immer die Spiele Und Maeve wusste gar nicht dass es die Sandwich Toaster gibt in die Sandwich Scheiben reinpassen Er dachte es gibt nur die mit den kleinen Scheiben Als ich in der neuen Welt überlegt war Ich habe immer Hä 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 was 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 Das verwirrt mich jetzt endlos Ich habe den Sandwich Maker gehabt wo nur so kleine diese Butter Toast Scheiben reinpaffen Was Und ich wusste immer Ja ja wusste nicht dass sie für große auch gibt Von diesen American Sandwich Dingern musste ich immer Oben diesen Rand absägen vorher mit nem Messer Damit die den reinpassen da What the fuck Ja wobei ist normal dass die ein bisschen raus gucken oder Nee Ich hab mir den von Moggilliers dann geholt ist ein starkes gerät und ich kann euch sagen da passen die richtig gut rein und man kann sie rausnehmen und sie machen keinen dreck einmal erwischen sauber ist das teil beim anderen da hatte ich immer noch diese diese vom vor zwei jahren drin ich damit gegessen habe ich weiß ja worauf wo du hinaus will er redet davon dass man wenn man toast sagt damit nicht diese großen toast scheiben sondern nur die kleinen und ich die scheiben sind eigentlich dass niemand weil die kleinen scheiben er doch früher die ganze zeit die kleinsten nur für den sandwich maker beziehungsweise hat gesagt dass er die abschneiden musste klingt das würde ich so als ob er die kleinen gekauft hätte ja ja man kauft die kleinen auch nicht aber an sich was man unter toast versteht doch die kleinen schreiben nein vielleicht unsere eltern die kleinen damals gekauft wenn ich schon wusste dass das sandwich maker zeit ist aber meistens weiß man nicht dass zeit ist wenn man in willkürlichen abständen entdeckt man den auf dem schrank und denkt sich so heute wäre zeit und dann klein wird man das 4 3 das spielt ja auch nicht was ist denn hier los da müssen wir hinlaufen und im besten fall immer a und b glaube ich wenn du tritt machst du mehr schaden müssen wir müssen den steinbock zerstören wir können uns gegenseitig verletzt und dann bei springst zu treten springen ach du scheiße die spiele aber für dich die normalen menschen meinen mit tost diese großen zendlich aber wir auf jeden fall ich wollte auch springen aber ist ein fehler trifft man nicht ich bleibe auf der linken seite auf der rechten seite ricky jetzt müssen wir springen jetzt können wir springen ich dachte ich kann beide mit treffen ich die mitte mich stelle ich habe durchgeschlagen pang getroffen von beiden ich glaube das haben wir gleich fahren wir nach hause jetzt ich bin gerade eben schon gesprungen das sind gewohne haben wir pokarin of time fans hier wenn jemand das biko und schwert bekommt macht die weg die mal auf etwas im auge ich dachte für ich mag double dash aber ich muss sagen es steuert sich so scheiße es ist unglaublich ich mag ich mag es immer noch ich bin stolzig gut das sagt johnny auch immer es steuert sich hat der drei sterne nein nein drei habe ich jetzt ich habe jetzt drei ah fuck Maeve was da los du kannst dir doch nicht den stern geben das war nicht Maeve doch klar das ist Maeves Stern das stimmt das stimmt ursprünglich also würde Maeve die schuld geben dafür ich muss auch sagen ich bin auch immer der nüchternste wenn wir mal Party Trinkspiele spielen leider du meinst du bist du der der trainiert ist mit Alkohol oder nein ich spiele halt immer nur mit Casuals sie hat nicht mal wissen was sie drücken müssen und dann ziehe ich die halt immer ab und dann sind die immer raus Alter der legt einfach eine 18 bis zum stern hin das ist oh nein komm vielleicht fällt der alles auf dem ne warte er läuft die Bowser fällt einfach drüber was ist nur einer übrig was ist nur einer übrig oh was das wohl ist achso 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 das hat sogar Glück eigentlich Johnny hat mich gerade angeschrieben und er sagt das sag ich nie ich sag immer dass ich Double Dash liebe aber es eine super schwammige Steuerung hat ok 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 das sagt er nie der sagt nie dazu dass es eine schwammige Steuerung hat hab ich noch nie gehört ich find gut dass er sich nicht äußern kann gerade ich weiß auch nicht aber ich fühl mich beobachtet hier gerade schau dir Leute zu also Johnny in Kombination mit Double Dash da hab ich ganz schlimme Erfahrungen gemacht oh nein ja ich wills auch nicht spielen Maeve ne ich habs mit Johnny mal durchspielt im Koop ich soll Volumen grüßen im Koop ist was anderes ich hab gegen Johnny gespielt Gruß zurück wir sind übrigens gerade während der Aufnahme online bei Ricky so ein Ding ins Stream hat ja so ein Sabaton ich versuche aktuell meinen Umzug aufzufachen ach komm was solls oh nein ja für die Nervenkitzel das gefällt mir gar nicht ja ich sag auch eins Umzüge sind scheiße ich hab keinen Bock mehr das ist wahr ich bin so froh dass ich fertig bin ne wobei ich muss sagen die letzten zwei die ich gemacht hab da hab ich keinen Handschlag bei gemacht ne Entschuldigung ich muss kurz auf die Karte schauen ach sie ist so süß in die Motion zu defekt dafür wir sind also nur nur Yoshis Piranha Pflanze vor mir die andere hab ich schon überstanden gut die ist hinter mir ich hab grad auf die Karte geschreit oh stark da bin ich direkt weg guck mal da wär ja meine gewesen aber die ist jetzt weg weil die kannst du wirklich nur einmal benutzen ah stimmt stimmt die war da ja ja die ist weg da hätte ich mir vielleicht doch das Geld sparen sollen die gute Sabaton der Sabaton oder du machst jetzt Geld und kannst noch ne Münden noch einkauf das ist ein Geld mini spiel da kann man beschreibt den Johnny mir jetzt doch die Art nicht dieses Schlimmste oh ich guck dir der Hinweis da unten ok Johnny ist grad im Rechtfertigungsmodus ich hab auch zu Wollo immer gesagt dass es super Einsteiger unfreundlich ist das stimmt das sagt er immer aber jedes Mario Kart ist halt Übungssache ne Mario Kart 8 kann er ich mein sie haben allein den also Mario Kart 8 ist wirklich das ist so piss einfach ja kann zum Säugling leben der kommt klar ja ich will das Spiel spielen ja oh ne das Spiel ist mal so kack das kann ich auch mal machen also beim erst ich hab ja einfach versucht als ich hab ja als Let's Play damals gehabt den äh Minispiel äh die Minispielinsel und das hat mich so so aufgehalten dieses Minispiel ne oh ich hab was gekriegt ich hab was gehangelt kannst du nicht mehr nein ich hasse dieses Spiel lass das Mogi lass das Mogi Mogi oh oh der volle Sack endlich das komm ach ich weiß grad nicht wie das ne du darfst dich so doll nach hinten ach ich hab ich auch nichts ich weiß wie die Steuerung geht aber ich krieg's nicht hin es ist halt auch scheiße wenn du ganz hinten bist weil dann man kann ja nur von ganz hinten was holen wenn man mal ehrlich ist ne das klauen mir ja eh alle weg oh mein Gott ich hab den doch noch die flipp noch aus ich weiß gar nicht wie man so kurz wirft genug wahrscheinlich musst du leicht drücken ja warte mal nicht mal berühren gefühlt ah oh ich darf vielleicht die Handfläche nutzen um den doch an Land zu ziehen oh nein pass auf mit deiner Handfläche vorgehen das vernetzt sich nicht ah er hat ein paar müssen geholt würde ich sagen Alter warum schreibt Johnny immer noch es wir haben das Spiel gespielt da steht jetzt immer noch bei Flash wer schreibt das kann er nicht auf sich sitzen lassen das kann er nicht auf sich sitzen lassen er hat einen Buchstaben vergessen im Chat hoffentlich ja klar MK8 einsteigerfreundlich aber Leute mit Übungen sind ja trotzdem besser als Anfänger also kann man Double Dash Steuerung lernen trotz Schwammigkeit ich mein ja du kannst halt jedes Spiel das sich scheiße spielt lernen ich bin äh ich bin äh top Star Fox Adventure Spieler meine Freunde weißt du das weißt du das ja ich spiel das oft tatsächlich das könntest du selber einsetzen das ist mir auch so langweilig tatsächlich ja es ist ziemlich langweilig ich stimme dem zu ja gut immerhin siehst du es ich hab ja kein Problem mit ich mag aber ich mag die Spielwelt man kann es trotzdem mögen ich verstehe das schon ja klar Leute sollen sich nicht so anstellen man kann es auch Dinge die schlecht sind mögen ich mein Shenmue ist auch langweilig vermutlich aber ich finde es geil irgendwann will ich es spielen irgendwann will ich mir mal eine Dreamcast holen mit so einer SD Mod und dann werde ich es bestimmt spielen geil oh warte ich nicht unglaublich also ich bin ja der Meinung und jetzt kommt eine sehr sehr jetzt kann man sich streiten das beste Videospiel meines Erachtens nach ist GTA San Andreas ja dann kann man sich streiten in der Remastered Version nee nee nicht die Remastered ich finde das ist einfach so von der Welt her von den Story her von einfach von der ich finde auch geht der San Andreas viel viel lebhafter als zum Beispiel jetzt 5 oder so viel viel lebhafter komplett naja man konnte halt den Charakter auch trainieren und so nur Sachen das war irgendwie so du konntest fett werden du konntest fett werden ja das war schon geil und wenn du jetzt zu viel Pizza gefresst hast hast du gekotzt das kenn ich das kenn ich also ich möchte jetzt mal gefresst ich stelle zu San Andreas ist sehr weit oben auf jeden Fall es gab eine Zeit lang da habe ich so viel da habe ich das noch nicht wusste dass ich Asthma habe und so habe ich gegessen und ich musste nach dem Essen mich immer so lange husten bis ich mich übergebe ansonsten ja habe ich weiter gehustet ach du scheiße was ja bist ein bisschen rausgefunden was essen nicht dem ist auch mit der Belunge und so ein bisschen Druck im Bauchbereich und so und dann hatte ich halt echt ach scheiße und das war jetzt mein Problem ach komm da kam die ich hätte warten ach egal ich hab zu lange gewartet ich hab verkackt aber die goldenen bringen richtig viel ich hab ein goldene ach komm drei bringen ich hab zwei ich hab zwei dann hast du safe das war schlimm da habe ich immer gegessen gehustet ich musste mich übergeben und dann ging es wieder ganz gut Alter also wenn ich essen würde und mich nach jedem Essen übergeben würde würde ich mir echt Sorgen machen also richtig krass Sorgen machen das hatte ich auch letztens wieder ähm im äh letztes Jahr September gehabt oder so war ich komplett auf Antibiotikum und musste alles nehmen und so dann hab ich die kannst du euch immer auf Antibiotikum sagen wenn irgend ich hab das Gefühl irgendwann wenn äh irgendwann kommt es dass Ricky von dem Schnupfen dahin gerafft wird ne also das geht aber nicht ne der ist auch ständig krank ne also Vicky hat ständig Schnupfen also Vicky hat ständig schnupfen Ricky ist bestimmt schon immun gegen Antibiotika ne an dem können sie vielleicht neue testen irgendwann mal letztes Jahr musste ich zweimal nehmen am Anfang des Jahres und am Ende des Jahres und jetzt dieses Jahr gar nicht ich hab die einmal in meinem Leben genommen ich bin zwei Jahre älter als du ja aber ich bin halt danke dass das Problem ist dass gerade sowas wie Kortison hilft von mir nicht mehr weil ich täglich Kortison nehme mit Asthma Spray so und die Entzündung in meiner Lunge die sehr schnell entzündet wird warum auch immer die kriegst du teilweise nur weg mit sowas und probiert man normale Sachen funktioniert nicht das ist durch Asthma sowieso generell sehr anfällig und dann bin ich halt oft leider auf diesen Scheiß ich weiß noch das eine Mal letztes Jahr äh da hast du uns ja auch davon erzählt da war irgendwas war ja gar nicht so wild dann hast du dann auch schon es wieder genommen wo wir dann gesagt haben Ricky vielleicht sollst du es nicht machen ja stimmt ich erinnere mich was haben wir da gesagt das war keine Lungenentzündung oder sowas ne ne bei mir ist das aber schnell die Lunge im Arsch das ist das Problem leider aber egal ich bin ich lebe noch halbwegs so bist du nicht Mitte 20 Ricky? ich bin 28 ich werde nicht dieses Jahr 29 unglaublich das war Mitte 20 für mich das ist Mitte 20 für mich Mitte 20 dann stell dir das mal vor ja das war noch lange hin in diesem Jahr ach kein Mensch wird 39 du bist auch sowas nicht bist du so ein Dich Mave? bist du mir gleich alt? pass ich bin ein bisschen älter ne genau wie alt wirst du denn dieses Jahr 37? mhm ja guck mal mit 37 geht's mir noch gut so Junge spring ins Feld mir geht's ja 30 schon nicht gut mir geht's ja 30 schon nicht gut ja mir auch nicht tatsächlich mit 30 schlag grad nicht weiter mit 30 geht's echt geht's alles zugrunde irgendwie ja ne 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 bei mir war es auf dem Weg zur 30 das ist ja noch schlimmer das ist ja noch schlimmer jetzt geht's aktuell wieder ich kaufe dir noch so ein Sternfeld schlimmste war ich hatte aber das lohnt sich doch nicht für oder lohnt sich das für na klar 5 Runden ich weiß was willst du sonst machen mit dem Geld ne Ahnung sag dem Mogi mit 125 Mützen ja ne Mogi was willst du machen mit dein Geld? weiß ich nicht Sternkauf wahrscheinlich darfst du Stern holen ne jetzt ne schöne 2 würfeln ach komm sehr gut ich seh grad ich weiß noch als Riki 24 war war nicht Riki äh 18 ne er war unter 20 das war sein Ding damals sein Kükenschutz ey der war so jung naja vor 10 Jahren haben wir uns kennengelernt alle und vor 10 Jahren war ich 18 das ist einfach wild so wild ja da war aber da war ich 28 Junge scheiße ich bin nicht immer mehr 28 Wollo ja Mogi ist 30 Wollo ist 38 Maeve ist 36 ich werde 30 in 2 Jahren oh ich werde im Monat 31 ich würde sagen der Jüngste bei uns ist doch wahrscheinlich ne Johnny ist ja genauso alt wie ich ich wäre es nur der Jüngste ne schon Johnny er Fully ist bisschen älter als Johnny wann hast du Geburtstag Riki Oktober dann bist du äh bist du wieder der Jüngste nice Johnny und Fully haben Sechster neunter und neunter Sechster oder so oh aber das finde ich auch im selben Tag wie Eschen gemustert Riki äh 19 Oktober ich glaube ja ich habe dich aufgepasst ja der Jüngste ist Riki ja man ich bin das Küken oh alter Mae einfach der Gold Fully wie man denn der Jüngste sein ist ist das eine Sache die man will ja klar wenn man mit so alten Säcken wie euch spielt schon oh Gott äh das klappt nicht ich weiß ich habe gar nicht gesehen wie viel ihr genommen habt hab ich eigentlich drauf geachtet ja das ist nicht so richtig wie mach ich ihn jetzt guck mal wo Riki ist ja ich bin gar nicht ich bin ich mach einfach mal was ich bin jetzt drüber geschlagen hab ich auch drüber geschlagen hab ich auch drüber geschlagen ah ok na bin ich doch Zweiter geworden geh mal hin ach man krass ich hätte alle Jünger eingeschätzt naja wir ich meine das ist halt auch immer die Sache wir machen das ganze Video Zeug halt so lange dass irgendwie an dem Punkt sowieso ja dann kann man nicht mehr sein das stimmt wenn man jetzt schon seit 10 Jahren dabei ist ich meine wie alt wird man gewesen als man angefangen hat weil auf jeden Fall äh keine Jugendlichen alt ich dachte ich fühle mich auch wie 28 also vom Kopf her jedenfalls ich wollte gerade sagen körperlicher wohl nicht oder körperlich 91 ja da kommt er hin bei mir auch da komme ich auch hin ja hasse ich oh wo kommt es bei dir hin Riki komm oh was kommt bei mir warum fühlst du dich so altkörperlich ich glaube wer will nur dabei sein ich glaube auch ne bei mir ist das Problem einfach nur dadurch dass ich halt so schnell als halt puste bin aufgrund des Gewichts und des Asthmas ist es halt echt schön wir zum Beispiel so Sachen die ich früher machen konnte wie man eben schon was aufbauen dann noch weitermachen so das kann ich heute gar nicht mehr dass ich mit einfach so da können wir immer noch ne wie das wohl ist Maeve oder Gott sei der ist unvorstellbar ne aber das Problem zum Beispiel auch dieses so ähm auch da ich war ja dann Corona gehabt und da hat er denn noch mehr Lungenvolumen verloren das war ja noch schlimmer für mich und seitdem bin ich so im Arsch gefühlt also bei mir ist nur die Lunge der Rest geht eigentlich aber die Lunge ist bei mir die ist bei mir ja Corona kann er folgend auch langzeitmäßig rein ritten ne das war egal also das ist was das hat bei mir alles also ich bin komplett mit Asthma und alles bin ich gut bedient und werke dadurch älter ok den Lungenpunkter das sehe ich ok der Rest geht bei mir eigentlich der Rest geht also ich hatte ja für eine Zeit lang das äh wo ich mir ein bisschen was angewöhnen musste meine schöne kann ich die Magensäure Geschichte erzählen ich kenne ihn nicht warum nicht sich öfter das Problem hatte dass ich äh hab ich halt schlafen gegangen gegen 23 Uhr oder so und dann eine halbe Stunde später so bin ich aufgewacht weil dann irgendwie ein bisschen Magensäure hochkam dann spürt dann die ganze Zeit muss ich mich dann räuschen weil ich das führe dass noch ein bisschen was ist und es war auch richtig eklig und einmal ist es passiert ich bin aufwartet und ich hatte das Gefühl mein ganzer Hals ist verätzt ich dachte mir solchen Krankenwagen rufen es tut so weh ich hab mich danach auch nicht mehr getraut schlafen zu gehen ich hab dann irgendwie im Sitzen äh hab ich dann schlafen gegangen das war das war super eklig ich dachte ich es war auch so eine Sache wo ich mir dachte ja irgendwie also wenn ich Pech habe kann ich daran ersticken das ist jetzt nicht mal so ausgeschlossen ich will dir jetzt keine Angst machen ne aber es ist bei mir schon oft vorgekommen dass ich einfach so wach geworden bin ne so plötzlich und dann da riechst du so ö 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 und versuch musste zu atmen ach du scheiß weil ich im Schlaf beinahe ja er steckt sich das hätte ich auch mal aber ich hab ja jetzt so ein Gerät dagegen ja bei mir ist es besser geworden Gott sei dank ja ich habe auch was dagegen ich kreis äh ich habe auch was gemacht und seitdem äh wenn ich irgendwelche fettigen Dinge esse ich mein Chips zählen nicht ein paar Chips okay man ist ja auch noch ein Mensch aber generell wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung was vom Chinesen oder so bestellt habe so eine Frühlingsrolle oder was auch immer das sind so Sachen die will ich nach 18 Uhr nicht mehr zu mir nehmen und welche Mahlzeit nach 20 Uhr esse ich nicht mehr egal ob ich ich geh dann lieber ein bisschen hungrig ins Bett aber dann äh ist es mir nicht mehr wert und ich schlafe auch auf der linken Seite immer weil dann äh Speise so verläuft dass das dann nicht nach oben läuft und äh ja damit habe ich den Griff bekommen mein Gott sei ein vernünftiger junger Mann ja ich ich das ist halt auch eine das ist aber auch so eine Sache wo ich das Gefühl habe das ist so eine Einschränkung mit der ich mich äh ziemlich alt fühle wenn wir zum Beispiel im Call sind und dann irgendwie sind wir um 19 Uhr so fertig sagen Jolly und Fully boah jetzt erstmal eine Pizza bestellen und denke ich mir das kann ich nicht mehr machen das könnte ich nicht mehr machen aus einem Rollator ne ich lebe das Rembranderleben ne ich lebe das Rembranderleben das ist ein bisschen eingeschränkt aber ja 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 ist okay ja man muss angenehmer als äh Magensäure Potenzial zu ersticken ich denke wir arbeiten unten drei zusammen ne wir können so viele Münzen sammeln wie vor oh Gott haben wir halt ach das zusammen äh spielen wir ja ja wir arbeiten zusammen hier unten das ist ja langweilig ich bin so dumm wir spielen gegen Wollo ach deswegen war ja oben aber ich glaube ich habe echt wenig bekommen Johnny wir kommen von Pizza auch langsam Sodbrennen man isst nicht mehr 20 ja Pizza ist halt schon hardcore fertig ja oftmals aber dieses dass das mir schlecht wird und das kenne ich auch schon mittlerweile und man kann Johnny das scharfe Essen nicht mehr aber ich bin an dem Punkt wo es mir gefallen ist das wollte ich gar nicht das ist irgendwann vorbei mit scharfem Essen und so also für mich ist jetzt sogar schon äh heller scharf zu scharf meist so empfindlich bin ich da geworden wenn es zu scharfes Essen geht das ist ja natürlich auch gewöhnungssache außer wenn man wirklich von so einer Schärfe redet die auch aktiv auf dem Kreis aufschlägt gut heller Gewürz Ketchup bei mir ja dann zwiebeln schon rein ess den mal mit Reis oder so und nichts dabei dann erschrickst dich also Wollo ich kann dir versichern ich hab nicht vor dieser Mahlzeit zu mir zu nehmen Malf kriegt ihn zurück Malf kriegt ihn zurück oh starb trau dich dass man nach 18 Uhr mockt dann ist das aber richtig doof was am besten trau dich wenn du dich trau dich ja das ist die Challenge die heller Gewürz nach 18 Uhr Challenge Niemand über 25 hat es je versucht du bist so ein Arschloch Riki wieso? ich weiß nicht was du meinst schau wie Mario sich freut ich lass mich von der Minecraft Reis wieder runter nehmen oh nein hoffentlich verlierst du alle deine Sterne jetzt hoffentlich nicht Borsas Revolution damit wir die Münzen teilen können das wäre geil das wäre wirklich geil das wäre wirklich geil ich glaube ich finde das nicht geil oder? Borsas Revolution? komm schon Stern verlieren wir auch oh nein yes yes was richtig gut oh was ne Wendung oh nein verdient nach der Aktion mit dem Pechwürfel ich mir mal nicht den Pechpilz gegeben Arschloch verdient kann ich den eigentlich kaputt machen indem ich jetzt den Eingang einsuche? ja kannst du kannst du der Eingang richtig reingeschissen aber er 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 hat immer seinen seinen Würfel verbraucht jetzt für unnötig aber Johnny schreibt also ich glaube wenn ich es immer trainier wird es mir nie zu scharf werden aber der Magen kommt dir irgendwann vielleicht nicht mehr mit ja bei Schärfe ab dem gewissen Punkt ist halt auch wirklich schwierig für den Körper zu verkraften das ist auch meine Ausrede wo mich nicht so scharfes Zeug essen will ich lass es lieber ich mag generell nicht so scharfes Essen na doch doch wenn man sich dran gewöhnt hat ist scharf schon geil aber ich mag halt auch den Gedanken dass man sich dran gewöhnt hat aber das ist für mich so die ähnliche Situation wenn ich mir denke ja wenn ich ein bisschen körperlich äh ein bisschen besser in Form wäre dann wäre die Treppe nicht mehr so schwer wäre auch geil ja ja für mich ist das mit der Schärfe sehr ähnlich da erstmal hinkommen ey das passiert halt nicht ne ich muss sagen dass Bowser fällt dass das war sehr schön das hat mir Spaß gemacht da wurde ich gepumst yes ne ich bin glaub ich gut gewesen wenn du einmal rum gehst noch weil du hast einen kürzenden Weg von Bowser aus er hatte keine Option jetzt haben wir jetzt nicht schlecht gewesen ja das Schärmste haben wir auch gewesen mit Mait Mait Sterne tauschen ich glaube ich gehe keinen Stern mehr ich habe da schon einen Stern natürlich verloren wie viel ungewünscht du mir eigentlich also ich wünschte ihm spiel so viel und nur weil ich noch deine WhatsApp Sprachnachrichten mal drei Tage nicht geantwortet habe ja du ach doch ich denke so das ist zweitmal dass ich heute was über Riki Sprachnachrichten höre Leute darf ich nochmal ganz kurz auf Toilette ich sterbe sonst ja wir warten im äh ihr seid die Besten ihr seid die Besten es geht um Thermomix Wollo kennst du das Alter wir haben einen gekauft im Dezember ok hattest du einen gekauft das kann ich mir vorstellen das ist was für die Superreichen die sind richtig teuer aber ich dachte mir ach komm was soll ich sonst und hast du den Schuber benutzt klar ich nutze den seitdem ständig Wollo wie Nudeln jeden zweiten Tag wird was Neues gekocht daher auch die Nudeln die ich im Kühlschrank habe das hat mein Leben verändert tatsächlich ok ich mach so viel seitdem ich hab dann erzählt dass ich überlegt habe den von Lidl zu holen der nur 500 oder so kostet nur nur also das hab ich vorhin ehrlich schon gesagt wenn die ja noch weg waren ist bisschen wie mit einer Spülmaschine wenn man es einmal hat ich mein du brauchst es nicht aber warum würdest du darauf verzichten jemals wieder ein Leben ohne Spülmaschine geht gar nicht ich hab keine so hat so ein Thermomix ja wenigstens auch 10 Jahre Garantie oder so das hab ich nachgeschaut hätte hat man nicht sogar ach so ich muss Start bringen hat man nicht sogar so ein Thermomix Berater wenn man einkaufen will ja davon hab ich vorhin auch geerzählt das war richtig komisch das war richtig komisch das sind wie so Adoptionspapiere wie so ein Hund so weißt du du kam ich dann mail mit dem Bild von ihr und ich dachte mir ach richtig komisch vor allem ich hab schon drückt ich brauch das nicht aber nie Glück sehr gut ach mehrere Runden ach jetzt wirds aber ein bisschen unfair muss ich sagen jetzt wenn nur noch 3 sind ich dachte sogar ich hätte Steinen gedrückt aber die Knöpfe sind ja anders jetzt hättest du was drücken müssen ich muss gar nicht gedrückt nein hättest doch unfair wenn du 3 Versuche hast ja hey du machst das komm maiv 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 du bist ja Yoshi also gehst du wahrscheinlich in den Busch weil du warst eben in den Busch und denkst 4 und Square gewonnen oder nur immer die erste Eingabe nee nee du kannst wechseln ich hab eigentlich schon mal gewechselt und ich hab das Gefühl dass die Charaktere random laufen drin tatsächlich ja das ist wahr das erste Mal ist meine auch falsch gelaufen wo ich immer hinter Busch war das ist einfach ein dummes Spiel ja also Mario Party generell Pozzalina wo soll es hingehen ich wollte nicht Hurra drücken ich wollte vor allen Dingen das Spiel weit einmal sehen dass ich das überhaupt prüfen kann ich mag grad die Animation als wenn die anderen das sehen dass da einfach nur der Spieler die Karte aufklappt das erheitert mich immer wir fehlen ein bisschen die lustigen Cutscenes am Ende das ist der Runde naja stimmt man bekommt immerhin so ein Bild sag ich mal das Thumbnail genommen und da war jemand ganz stinkig war jemand ganz stinkig und meinte oh da kann man aber direkt schon spoilert da kann man direkt schon sehen wer gewinnt ja oh nein darum gehts ja auch ist das grad live? ja nicht der Mario Party Spoiler oh oh yeah du hast doch noch 19 was willst du jetzt mit deinen Kriegen verdienen geh doch weg was willst du von mir 19 Münzen ach komm das ist auch der Donkey Kong der einen Thermomix zuhause hat ne für die Münze kaufe ich mir noch einen zweiten ja jetzt bin ich gespannt jetzt bin ich gespannt ohhhh und wenn du drin ist Starkrock Wollo steht außen da Johnny jetzt gerade nicht dabei ist muss ich das übernehmen der der innen steht ja ich würd grad sagen Johnny sagt immer dass der der innen steht verliert warte oh achso ich muss starten Entschuldigung ich vergesse jetzt mal aufs Neue Johnny du schaust du gerade zu dann siehst du mal wie man das gewinnt zeig es ihm stark ja gut das wäre nicht passiert wenn du ausgestanden hättest da war ich halt direkt direkt sabotiert wurde ich hier gab nichts was ich hätte machen können oh man kannst du den Thermomix vielleicht die Hälfte kaufen jetzt reicht es für den Mr. Cruisin mindestens von Lidl jetzt ist die Frage wie viel schlechter ist der denn vom Lidl ist wahrscheinlich schon deutlich schlechter oder ist halt die Frage mit der App ob da ob sie eine robuste App hat ich hab gelesen das ist gar nicht so steifend vor allem weil die App Sachen relativ kostenlos sind bei Lidl relativ sind sie kostenlos oder nicht und bei Thermomix kosten die wohl ich hab ihn ja nicht ich hab's nur gelesen Kauf ihn mal ich fand lustig dass du gesagt hast relativ kostenlos so ein bisschen kostenlos er hat gesagt die sind kostenlos die Rezepte aber ich wollte jetzt hier nichts sagen was ich nicht beweisen kann ich hab ein Item muss man beim Thermomix auch noch für Rezepte bezahlen du musst nicht nutzen aber ich habe irgendwie für die komische für die Plattform da scheinbar ist das eine Sache ja die also die nehmen jeden Set mit den sie haben können ich glaub das nicht wunderbar krass du gehst halt das aber bei dem Rezept ist halt schon alles vorprogrammiert wo du einfach nur Schritt für Schritt weiter drücken musst da ist noch nichts drin Maeve ja das gönne ich mir jetzt auch nicht oder ich hab noch eine Runde gleich wieso vielleicht Kriegststern für Meister ausgegebene Münzen ne dann halt nicht ne dann halt nicht den gibt's doch gar nicht den Stern für Meister ausgegebene Münzen oder ich glaub wir haben zufällige Bonus Sterne hier das ist nicht mehr Mario Party 2 es kann sein dass er einen gibt glaube ich 5 ja komm halt die Schnauze tot der hat kein Thermomix da der hat mich gar nicht interessiert der hat Thermomix einfach im Shop wieder ich weiß noch wie auf meiner Arbeit eine Kollegin einen Thermomix bekommen hat und mir das erzählt hat und ich kannte das gar nicht und ich wollte ihr gar nicht glauben dass es funktioniert also das klang für mich wie Alien Technologie der hat gesagt hat da schmeißt man einfach die Sachen rein und der kocht das dann für dich so ne das geht ja gar nicht ja sowas wird mir auch erklärt man kauft man einfach das Rezept kriegt diese Liste die kauft man dann ein und dann macht man das Step für Step einfach alles rein und dann ist es irgendwann fertig es funktioniert nicht mit allen Dingen so aber ich mach nur Dinge die so funktionieren es gibt auch welche wo dann steht du musst halt dann noch nebenbei Reis kochen oder vieles auch für eine Auflaufform dann hätte ich schon wieder keinen Bock ja genau bei dem Zeug aber Reiskocher muss man sich nur exakt kaufen 20 Euro und so nicht scheiße das Ding ist 200 Euro das ist quasi wie eure Mutter die Zutaten sagt das kochen wir brauchen warte obwohl ich finde Heißloch Fritteusen reicht schon eigentlich Heißloch Fritteusen hast du das lang schon ja die kann auch schon ein bisschen was Heißloch Fritteusen machen mich immer noch sauer warum ist legal erlaubt dass die Fritteuse genannt werden oh mein Gott er ist auch so einer der sagen würde das darf nicht Veggie Burger heißen das ist kein Burger ne pass auf die das ist ich mein ist es nicht aber es ist mir nicht so wichtig aber die Fritteuse ist es ist halt keine Fritteuse es ist ein Heißluftofen also ein Umluftofen im Grunde ist es das wirklich nicht nur im Grunde das ist es ja was soll das was ist das denn jetzt wie ach Mario hat gewonnen geil ich war so schlecht ja bestimmt bin ich die letzte Revitasie von mir also so ein Schlüchel noch getrunken unterwegs Maeve ja die Fritteusen machen sie frittieren ja auch mit Heißluft nein die frittieren nicht ja doch mit Heißluft frittieren ist ja eigentlich im Fettbaden oder ist das das offizielle wie man das so nennt wofür nutzt ihr denn hauptsächlich eure Fritteuse ich hab keine Pommes Chicken Nuggets ja weil ich mach nur Pommes da drin reicht doch auch oder und deswegen ich hab irgendwie irgendwann halt gehört ja so Heißluftfritteuse ist schon ein bisschen gesünder als die richtige Fritteuse weil es ein Ofen ist aber ich muss sagen aber die Pommes schmecken halt nicht so gut ne muss man sagen es ist ja nicht nur ein Ofen die Pommes drehen sich da ja auch drin einfach nur die Schwachspiele hä wo das denn bei mir gar nicht also ich hatte mal eine Heißluftfritte den Ferrari den Maserati unter den Heißluft getösen die hatte so ne richtig teure die hat sich dann so gedreht die hatte zwei verschiedene Kammern dass man zwei verschiedene Sachen auch gleichzeitig machen kann mit verschiedenen Hitzestufen für die einzelnen Kammern das klingt schon ziemlich cool und dann ist sie mir aus der Hand gerutscht und der Deckel ist abgedinges nach dreimal benutzen ungefähr ja wie ärgerlich hast du keine Gewährleistung drauf oder so ach nee vor allem die Gewährleistung wenn sie mir aus der Hand fällt ja Sack kam kaputt an ja also hab ich gehört es ist zu spät ich hab die nicht mehr so mach ich das ständig oder mach's wie Riki uns sagt kam nicht an ja und jetzt hab ich zwei Schuhmikrofone deswegen hast du zwei aber du kennst die Geschichte gar nicht und deswegen muss man heutzutage auch wenn man sich irgendwas bestellt was ein bisschen teurer ist mit einem Code annehmen ja weil jetzt so Leute wie Riki das ausgenutzt haben ich hab auch so oft drüber nachgedacht einfach zu sagen das kam nicht an ne als ich mal ein PC bestellt hab zuletzt das war dieses Jahr das war ich glaub GLS oder so ne Scheiß war das ist der Typ halt einfach er hat einfach unten hingestellt oder ohne Unterschrift genau das haben sie bei uns auch ständig gemacht deswegen haben wir dann immer angefangen zu sagen nee das ist es dabei nicht gekommen in solchen Momenten denke ich mir auch immer so das wäre jetzt das Beste was ich machen kann einfach sagen ist nicht angekommen ne kann kein Mensch nachprüfen bei denen zahlst du die Versicherung ich krieg nochmal ein PC oh ne ich krieg nochmal ein PC wär doch geil hätte man machen sollen kann das schon verstehen ich hab so viel mehr Münzen ist nicht mal mehr feierlich wenn ich mal ein PC machen soll das ist eine gute Idee eigentlich wo das jetzt versagt hast du da einen nicht sowieso umsonst bekommen? ja aber da hätte ich noch einen umsonst bekommen Junge das wäre so assi das wäre unglaublich also den Sponsor bescheißen das ist schon da gehört schon einiges dazu das war doch ein Witz ich bin doch ein lustiger Kerl war doch ein Witz den hab ich das bin ich nicht das bin ich easy ist doch gar kein Problem es gibt doch nur noch zwei glaube ich ne ne einen gibt's noch ne also es gibt zwei insgesamt ne ich glaub es gibt noch mal gab es nicht drei in dem Teil oh da wurde ich ja beschissen jetzt ich hab gar nichts bekommen das ist wie Weihnachten der alte Bonus-Stern achso und jetzt bin ich weg hab ich gewonnen? klar hast du gewonnen ja oh ein seltener Mögi-Sieg die passieren nicht oft Johnny siehst du das? oh mein Gott siehst du das Johnny? Donkey der Superstar unglaublich ach scheiße ja schau ihn dir an was ein Gewinner und schau dir Maeve an ne ne schau dich nicht an das ist so unfair wegen diesem scheiß Bonus-Stern das hilft gar nicht deine Siegesstrategie war ja wohl so viele Mini-Spiele wie Milch zu gewinnen war's das? du hast alle Mini-Spiele du hast die meisten Mini-Spiele gewonnen ja du hast alles gegeben Mario toll danke du hast die meisten Münzen du hast die meisten Münzen durchweg gute Arbeit das Gefühl hatte ich halt auch so würde ich meine Runde aufschreiben aber was hast du am besten gemacht? drück weiter ne drück weiter ich will die Details sehen ja Wollo ja Wollo drück weiter ach so du hast oft ein Ereignisfeld besucht du magst wohl Erdbeeren was? wow ja ok das stimmt warum mach ich denn so viele Sachen? großartiger wenn ich komm trotzdem letzter das ist mich echt wundert alter alle drei Sterne alter wegen einem Stern wegen einer Münze hast du verloren Ricky alter wirklich? ich war auf drei roten Federn und sonst war nur Wollo auf eine was soll das denn? wegen einer Münze habe ich verloren ne ich hätte gewinnen müssen ja mehr Münzen ne hä? ne Moment warum hat Morgi jetzt gewonnen? ich hatte noch mehr Sterne? ja ich habe ja Münzen Ricky ne warte halt du hast du nicht mehr stellen du hast doch drei hier und ich hab vier? jeder sind drei ach so drei das recht nein ich hab drei nicht nicht hatte vier ins Gelb geholt ach das stimmt ich habf ich eine Münze geholfen in einer Runde in einer Runde geholt ach ich glaub das nicht ich glaub das nicht euer Du hast eine Münze Mark oh mein Gott Ah, stark, stark. Stark. Alter. Wichtiger Sieg für die Moral. Wichtig. Das zeigt mal wieder, dass Johnny und Pulli einfach besser sind als Moggy und Moggy einfach besser ist als wir. Krass. Der beste Mario-Party-Spieler hier. Ja. Respekt. Schreibt es aber beim nächsten Mal wieder ein, wenn Maeve wieder anfängt, Wolle zu hassen. Bis zum nächsten Mal. In vier Jahren dann mal wieder. Tschüss. Tschüss. Wir sollten alle vier Jahre mal so eine Partyrunde machen, finde ich gut. Ja, da hat Spaß gemacht. So ein Platz war doch gar nicht so schlimm.